Hey, Homo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Es geht weiter mit Arataki Itos Legenden-Opfer. Du befreist alle Leute aus dem Kerker. Aber ich will noch einen tollen Fight haben. Da ist okay. Oh, mein kleiner Daisuke. Oh, du musst Daisukes Eltern sein. Ja, das ist richtig. Hast du ihn gesehen? Wo ist er? Ist er okay? Es geht ihm gut. Nicht zufrieden, er ist sicher und zufrieden. Niemand schaut nach ihm jetzt auf Yashiori Island. Ich kann dir, wo er auf der Karte zeigt. Er hat mich über dich gefühlt. Ich glaube, er wird dich verliebt, zu sehen. Du warst derjenige, der ihn schaufte? Oh, danke, danke. Nee, das war er. Nein, nein, bitte, nein. Keine Ahnung, dass du mich dankbar hast. Es ist mein Pfeil, wirklich. Es ist nur, wer ich bin. Bevor du mich nennen möchtest, lass ich dir das fragen. Wann auch ein anderer selbstversprechend Typ, der eine andere Person in Gefahr hat, hat das gleiche gleiche Sache getan? Ja, klar, natürlich. Wirklich? Nur ein kleines Kompliment und es geht direkt in den Kopf. Warum haben sie so viele Menschen verhaftet? Diese Vagranten sind insatiabel. Sie werden alles für Geld machen. No one dares stand up to them for fear of what they might do. W-w-would they really do anything drastic? Um, no, actually, because one of the guys, the one with Oni horns on his head, has always shielded us so far. Oh, in fact, his horns look just like the ones this guy has. At night, he would secretly bring us food and water. I don't understand what he was trying to do. Are you a friend of his? Or perhaps a relative? Uh, relative, I guess. Oh, maybe there's something secretly troubling him. He seemed different from the rest of the gang. They seem like heartless crooks, but I'd say he comes across more like a confused child who made some poor choices. Let me put it this way. There are a few things he needs to straighten out in his head, and I'm here to point him in the right direction. I'm glad to hear that. He's lucky to have family like you. Don't worry. He'll be in my trusty hands. I'll help him see the light. Anyway, you should scram. It's still not safe here. Yes, thanks again. You've rescued our entire family. We are indebted to you. Yeah, but where is the only one? A child that made some poor choices. Anyway, let's get going. But we still have time. Okay. Aber hey, die hatten es hier gemütlich. Oh. Also das... Ich stolper echt manchmal einfach nur so über die ganzen Truhen und so. Ich sagte manchmal, deswegen musste ich ja gucken, ob hier irgendwas ist. Und was ist hier gerade aus? Da geht es auch noch hin. Ich glaube, hier haben wir angefangen. Aber wir sollen ja jetzt zur Mitte, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir jetzt noch dem Typen da begegnen. Ja, und wie? Ja, und wie sollen wir da hoch? Bin ich blöd? Ah, wir können das Ganze noch seitlich drehen am Anfang. Deswegen können wir auch hier wieder rein. Was war da gerade? Ich wusste doch, ich habe eine Truhe gesehen. Ja, wir waren definitiv hier. Nee, nee, wir wollen schon in die Richtung. Das war richtig. Aber das andere nicht. Jetzt. Wo war nochmal die Leiter? Oh je, Orientierung. Ah, da. Dahin ist da wahrscheinlich ein Bossfight. Gegen den blauen Oni vielleicht? Das ist der Ort. Das ist der Ort. Die Jig ist auf. Entfernen Sie, während du nicht kannst. Das ist der mit Wind und Klown. Die Yellow-Fly. Es ist Showtime. Die Jig? So, hey, ich kämpf ich gern mit ihm. Oh! Oh, das ist selbstzerstörerisch. Oh, nicht mehr über mich. Ich bin sicher, dass ich einen Erkaufsfall habe. Aber du bist sehr tief in der Rubble. Du hast deine Spaß gemacht. Jetzt geht es um Wiedersehen. Soll ich es husten? Wo ist mein Papier Charm? Oh, ich bin sorry. Are you looking for this? Ja, das ist... Aber was hast du... Ich habe es vorhin zu stoppen, um zu tun, was hast du zu tun. Why, du... Und jetzt werden Sie mich verraten? Du bist ein zu sprechen. Was über alles hier zu holen? Wenn du mich fragen, das ist, dass du bereits verraten unser Agreement, nicht? Darf ich kämpfen, oder? Was? Oh Gott. Oh Gott. So I could provide for my fellow Oni. I was ready to die from the very beginning. This is between us blue Oni. But you. If it wasn't for you, everything would have worked out perfectly. They're here. We won't let them slip away this time. Uh oh. There's nowhere else to run. Hey Tenryo Commission. I'm the one you're looking for. I did it. I'm behind everything. Our Taki Ito is innocent. You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here. It's like he's trying to reenact the fairy tale. Sacrificing himself for the Crimson Oni. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. It's me you've been looking for and here I am. How are you ever going to report back without capturing me? Oh god. Stop fooling around, Ito. Listen, Takuya. Sacrificing yourself won't solve anything. Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni. And giving up your life isn't going to make theirs any longer. Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself. Listen to me. You want to be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out. Don't let your sacrifice stain our Oni pride. The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years, so let's give them a new beginning. We've made mistakes, but we can make up for them. Fate hasn't been kind to the Oni? Well then, let's tear it up and start over. But before any of that can happen, you need to get yourself behind me and forget about all that self-sacrifice stuff. Now let's go. But we're not done talking about this. Takuya! Yeah, what do they want against the Tenryo? Oh, no. I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them. What? Hey, I got this. Come on! Forget about me! Just go! It's what I deserve! Aw, shut up, would ya? Ich liebe ihn. Ach, du Heilige, wie cool! Ja, das bitte! Vor allem mit der Musik. Die kannte ich ja nur vom Trommelfest. Oh! So, das war's mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss.